Es ist ja auch, muss man ja ehrlich sagen, immer eine Geldfrage. Und obwohl ich ja keine 20 mehr bin und noch mindestens 100 werden will, finde ich es richtig. Denn die Zähne gehören zur Einheit des Körpers. Und außerdem lache ich gerne. Und das kann ich ja tausendmal besser als vorher.